Matthias Jaisli ist jetzt da oder dort vielleicht schon ein bisschen in der Kritik auch. Das finde ich aber Wahnsinn. Genau. Ich wollte es noch deswegen ansprechen, weil Jaisli ist jetzt in seiner zweiten Saison und normalerweise bleiben Salzburg-Trainer nicht länger. Also seit der Red Bull-Übernahme wäre er der erste Trainer, der länger als zwei Jahre bleibt, oder? Das habe ich jetzt gelesen. Also der erste, der länger als zwei Jahre bleiben würde. Das stimmt. Aber es gab durchaus Trainer, die kürzer da waren. Ja, das schon. Aber seit Oskar Kassier ist das so. Der war ja eigentlich auch nur eineinhalb Jahre. Der hat, glaube ich, Lech Zeidler hat er irgendwie beerbt im Winter. War dann eineinhalb Jahre lang Trainer. Und dann ging dieser zwei Jahre Rhythmus los mit Rose, Marsch. Und man geht halt mit Jaisli auch davon aus, dass der im Sommer nach Deutschland wechseln wird, weil es halt jetzt immer so war. Und ja, die Kritik finde ich aber nicht ganz passend. Er ist im Cup ausgeschieden, im Elfmeterschießen. Also ich will jetzt nicht sagen und klanglos 4-0 gegen einen Zweitligisten ausgeschieden, sondern gegen Sturm, die es richtig gut machen, im Elfmeterschießen. Und er ist in der Europa League Zwischenrunde ausgeschieden, okay. Ja. Stimmt schon. Weil du gerade Sturm angesprochen hast. Ich habe eben zwei Sachen vergessen. Achso, Sturm. Ich kann auch aber sonst weiter kurz darauf eingehen. Achso, bitte, geht auf einen. Ah, du hast euch recherchiert. Ja, ich habe jetzt was nachgeschaut, weil du mir das schon so geschrieben hast. Und ich habe mir gedacht, ganz so sehe ich es nicht. Vom Gefühl her, dass Jaisli wirklich im zweiten Jahr abbaut oder die anderen abbauen. Wenn man die Historie anschaut von den Salzburg-Trainern. Die waren, ich habe mir ja angeschaut, A, wie lange sie Trainer waren, die letzten vier. B, wie der Punkteschnitt war und wie weit sie, welche Titel sie geholt haben und wie weit sie gekommen sind. Wenn man es anschaut, hat man mit Oskar Kassia, der übrigens nirgends länger Trainer war als bei Salzburg. Nämlich eineinhalb Jahre. Zwei Meister, zwei Cup-Titel. Man ist im ersten Jahr, das war aber nicht seine Schuld, gar nicht international vertreten gewesen. Wenn man gegen Malmö in der Champions League-Quali raus ist und dann gegen Dynamo Minsk in der Europa League-Quali. Also gar nicht international dabei war. Dynamo Minsk? Ja. Und man war 16, 17 dann in der Gruppenphase der Europa League und ist dort ausgeschieden. Mit Teams mit Schalke, Grasnotta und Nizza. Also auch wenn wir jetzt sechs Jahre, sieben Jahre zurückdenken. Das waren größere Nummern, aber noch immer keine Weltnummern. Man ist da ausgeschieden. Er hat aber im ersten Jahr einen Punkteschnitt von 2,31 und im zweiten Jahr einen Punkteschnitt von 2,25. Ziemlich ident. Also da würde ich jetzt keine Tedenz irgendwo hinerkennen. Marco Rose hingegen, nur ein Meistertitel. Nein, nur ein Cup-Titel, aber wieder zwei Meistertitel. Hat im ersten Jahr den Punkteschnitt von 2,31, gleich wie Oskar Kassia. Im zweiten Jahr einen Punkteschnitt von 2,5. Und man muss auch sagen, wenn man sich die Entwicklung anschaut unter Marco Rose, der hat es mit der Mannschaft geschafft, ins Halbfinale der Europa League zu kommen in seinem ersten Jahr. Ist man in der Verlängerung erst ausgeschieden gegen Olympique Marseille. Und im zweiten Jahr ist man ins Achtelfinale der Europa League gekommen. Deswegen gegen den SSC Napoli knapp ausgeschieden. Einmal 3,0 verloren, 3,1 gewonnen. Aber sehr eng. Und da sieht man schon die Entwicklung. Punkteschnitt höher. Gerade am Ende der ersten Saison noch immer international dabei gewesen. Okay, man hat nur einen Cup-Titel geholt, ist man ausgeschieden. Jetzt unter Jesse Marsch, zwei Meistertitel, zwei Cup-Titel. Im ersten Jahr wieder ein Punkteschnitt 2,31. Wie Rose, wie Oskar Kassia. Im zweiten Jahr 2,41. Wieder ein höherer Punkteschnitt. Im ersten Jahr ist man ausgeschieden. In der Europa League-Zwischenrunde gegen Frankfurt. Im zweiten Jahr Europa League-Zwischenrunde gegen Villarreal. Man war aber in beiden Saisonen dritter in der Champions League-Gruppenphase. Also wieder quasi ident, vielleicht sogar kleiner Aufwind. Und der Gaisle, der hat im ersten Jahr einen Schnitt von 2,5. Also den hat nur Marco Rose gehabt. Und im zweiten Jahr wieder einen Punkteschnitt von 2,5 aktuell. Er hat einen Meistertitel, einen Cup-Titel. Meister kann er wieder werden. Dann ist es ähnlich wie bei Marco Rose. Und man muss sagen, der ist ins Champions League-Achtelfinale gekommen. Und ist jetzt in der Europa League-Zwischenrunde gegen Roma ausgeschieden. Das war jetzt viel Information, viel auf einmal. Aber was ich damit sagen will. Die Erwartungshaltung bei Salzburg ist so immens gestiegen, dass man glaubt, ein Ausschein in der Europa League-Zwischenrunde, was früher ein Riesenerfolg war, dass man überhaupt dorthin kommt, ist jetzt extrem negativ behaftet. Und man ist gegen Nizza, Grasnotta und Schalke vor sechs, sieben Jahren in der Gruppenphase ausgeschieden. Wirklich gegen drei Teams, die jetzt bei Gott keine Weltteams waren, auch vor sieben Jahren nicht. Und man ist jetzt eigentlich ziemlich auf Augenhöhe gegen die AS Roma in einem Entscheidungsspiel, wo es für die auch um viel geht. Also Amorinho liebt Bewerbe und internationale Bewerbe vor allem. Knapp ausgeschieden. Man hat den höchsten Punkteschnitt seit weiß nicht wie vielen Jahren. Wahrscheinlich den höchsten überhaupt, das hat sich nicht kontrolliert. Und man sieht auch, wenn Salzburg Trainer aus der eigenen Jugend hochzieht, Rose, Jaisle, dann ist da ein richtiger Erfolg da. Und wenn man den Schnitt so zieht, dann ist da eine extreme Erfolgswelle da. Das geht extrem steil nach oben. Und da irgendwas zu kritisieren oder irgendwas schlecht zu reden, wäre fatal. Ich finde, Salzburg macht es besser als je zuvor. Ich finde, dass Marco Rose vielleicht der beste Trainer war, der jemals in Salzburg war, der vielleicht noch ein bisschen rüberragt. Aber ansonsten machen die einfach alles richtig. Und der Weg geht weiter nach oben. Und ich glaube, dass das zum dritten Mal hintereinander oder zum vierten Mal hintereinander in der Champions League zu sein, sensationell ist. Und sie werden heuer den zehnten Meistertitel in Folge feiern. Auch unter anderem dank Markus Pink. Den Nimmstrikot. Er ist jetzt sehr weit hergeholt, oder? Schon weit hergeholt, ja. Aber auf jeden Fall, Markus Pink hat das entscheidende Tor geschossen am Wochenende. Das 2 zu 1 für Austerl Klagenfurt in Graz. Ich war live im Stadion. Es ist nicht überliefert, wie viele Döner er diese Woche gegessen hat. Aber wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal bei Unibet für die Verfügungstellung dieses Trikots. Jetzt ist es endlich weg, wenn wir uns letzte Woche ein bisschen Sorgen machen, dass das unsere Schuld ist, dass wir so einen Druck aufgebaut haben, der DBL-DW-Effekt. Aber jetzt ist es raus. Es gibt, wer hat es gewonnen?